Heute hat mir Chad Turtschmann sein Buch »Wenn der Jasmin auswandert« überreicht. Das ist die beeindruckende Geschichte seiner Flucht aus Syrien nach Salzburg. Er lebt jetzt hier, er arbeitet im Jugendbereich und das Buch ist wahnsinnig spannend und beeindruckend. Wenn Sie auch Chad Turtschmann kennenlernen möchten, er ist am 7. März beim Beginn des Dialogjahrs 2019. Wir wollen den Salzburger Weg der Integration vorstellen. Wir wollen die Menschen in die Mitte holen, wo man sieht, es gelingt und es gibt sehr viele Beispiele, wie Integration in Salzburg gelingt. Ich wollte im Rahmen meiner Traumatherapie die belastende Erinnerung verarbeiten. Ich habe angefangen zu schreiben und wollte zwei Fliegen mit einem Klappen erwischen, auch auf Deutsch, dass ich Deutsch lerne. Irgendwann habe ich noch einmal gelesen, was ich geschrieben habe, und es klang blätterarisch wie ein Buch. Und so ist es zu einem Buch gekommen.